Hi Leute, was geht ab? Ich bin euer Zahi, deshalb Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Elfenbeinküsse gegen Deutschland. Ich hoffe, dass die Deutschen dieses Spiel gewinnen. Ich bin mega unter Druck. Erstens, ich schwitze und es ist heiß und ich möchte dieses Video schnell beenden. Gervinio. So, und jetzt. Die Deutschen. Gommes. Kurzer Ballverlust. Reus. Yeah. Das hat mich auch gerade eben abgefuckt, Leute. Zack. So. Özil. Hey, wie geht das? Junge, du hast... Nö, ist ja nichts. Ist ja bei den Gegner, die umarmen mich ja. Ist ja auch nichts. Also... Das ist kein Foul, wenn du es verstehen würdest. Das ist so eine Hitze. Und wenn ich meinen Ventilator mache, hört ihr dieses... Ja, geht her, alter, geht her. Schwule, ditte. Ja, danke schön, alter. Danke. Moin. Als ob Kulibali. Das ist keine Kulibali, aber egal. Das ist... Bailly. Kopfhochzeit. Du bist echt gut. Guck mal, wie schnell der ist. Das ist kein Foul. Und der umarmt mich 5000 Mal. Ist okay. Ist okay. Nein, es ist nicht. Fakt ist dicht, doch. Ach du Scheiße, ey. Ey, geh doch raus, Alter. Du bin alter Spieler, Alter. Ich mache jetzt alles alleine. Keinen Bock mehr auf die Deutschen. Keinen Bock mehr auf die Schwulen. Ja, manchmal gehe ich mit Freude in ein Video rein. Manchmal auch mit Stress. Manchmal auch... Völlig dumm. Aber was heute mit den Deutschen passiert, dass die einfach behindert sind, das weiß jeder. Was? What the... Hä? Äh? Was? Was? Hab ich... Was? Hab ich da... Da... Äh? What the fuck? Was ist da gerade passiert? Ich kriege ohne Grund eine rote? Ey, Leute. Zurück... Zurückspulen. Der war ja nicht mein letzter Mann. Aber Kopf hoch. Ohne, ich kriege einfach eine rote. Danke. Ey, der Roll... Der Gommes fuckt mich ab, Alter. Keinen Bock mehr auf den, Alter. Als ob... Das ist immer unmöglich, dass du so einen Spieler... So kriegst. Guck mal, der hätte mich gerade auch gefangen. Der hätte mich doch auch gekriegt. Nein, der kriegt mich nicht. Guck mal, den muss ich jetzt wieder überholen. Umarmt er mich erst? Hast du jetzt Pech? Hm, liegt jetzt auf dem Boden? Hm? Traurig, traurig, ne? So traurig, so traurig... Hab ich dich noch nie gesehen. Ja. Na, 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 na. Na, 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 na. Ja. Das muss eine gelbe geben. Mindestens. Ja, toll, gut. Und Reus. Das 1 zu 0 für Deutschland. Reus, 39. Minute. Ich verstehe gerade nicht, wieso ich eine rote Karte bekommen habe. Ohne Grund. Das ist... Hä? 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 als ob er so schnell tricksen kann das kann niemand aber der computer schon weil er denkt der baba und schießt er sagt sogar platz zu mir aber kann ja nicht laufen die drei minuten waren minimum nicht vorbei tschüss 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 aber alter Oh Als ob die Sayuba nur eine Parade hatte Der hatte mehrere Aber Kopf hoch Moin es war doch kein Abseits Hat sich nur durchgesetzt Na jetzt will der wieder sein Tempo zeigen Alter Ich kann nicht laufen Alter Einer Ne zwei Stück Gegen Ratte ich mal sechs Elfenbeinküstspieler Alter Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht So, ich wett. Nee, es ist einfach unmöglich, wer durch meine Abwehr rennt. Es ist einfach... Ey, der WM-Fluch, es gibt ihn wirklich, Alter. Nicht in Real, sondern auch in FIFA. Guck. Fette Qualle. Fette... Alles klar, Digga. Alles klar. Du wurdest ausgenockt. Ey, wenn der drin wäre, ne? Alles wegen Kimmich. Ganz klar. Der rennt Müller in die Beine, wo er durchsprinten möchte. Ganz klar. Und Sané. Leroy Sané. Als ob. Als ob. Dieser Tor war das zu krass, Alter. Groß 2-0. Sciences Dra. diyola полancec��t. Aus ob. Aus ob. Aus ob. Aus ob. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Whaaat? Was? Ey, das ist doch keine Absenzion. Ey, der Schiri ist einfach zu dumm. Geben die es alle zu. Ja, hast du gedacht, ne? Oh nein, hat der verkackt? Du bist so dumm. Ey, ich drück nicht X, Alter, der ist zu dumm. 3-0! Ja, ich drück nicht. Du bist so dumm. Alles klar. Du bist so dumm. Der Scherz ist so dumm. Du bist so dumm. Du bist so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Und Kornel. Und das soll gleich rot sein. Maxwell, Kornel. Da hat der Sinn. Na, Saisonende werden wir jetzt nochmal machen. Hm? Ja. 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Hallo Motherfucker, alles klappt, ach du Scheiße, wir gucken noch mal zurück zu den Bayern, weil Thiago muss ja wechseln, weißt du was ich mache, Hallo Motherfucker, Alter, Hallo Motherfucker, soll ich suchen noch einen ZM, erst in der Premier League, weil da gibt es ja jetzt, wo ist der, wo ist der, wo ist Kevin, der Bräune, der war auch noch mal lecker schmecker, ich brauche einen möglichst jungen, wo ist der, wo ist der, wo ist der, keine Ahnung, gucken wir mal in der Bundesliga, ja, da gibt es immer gute, aber, sieht nicht so aus, ich würde, ich würde, wenn schon, ein paar von Dortmund abkaufen, warte kurz, hi Leute, ja ich bin wieder da, Arne Meier, nein, er müsste auch ziemlich jung sein, ne, Goretzka, wäre schon was, so, wir geben mal drei Schmion, Wunschliste, Trennt Alexander Arnold oder Felix Passlack, Alexander Arnold doch dann bisschen lieber, und da oder Felix Passlack, wenn es nicht geht, dann Felix Passlack, so, so, dajod, Upamekanum, ja, ähm, wen gäbe es noch, ja, eigentlich diese zwei Verteidiger nur, ähm, muss ich dir irgendwie kaufen, so, mit einem Millionen, wäre okay, sein Gehalt ist dann auch nochmal wenig, so, dann gibt es so ein Theater, so, so, bin wieder da, so, der Linksverteidiger, Philip Ax, schon mal aus der Liste, Sid Kolasinac, ja, ist jetzt halt die Frage, ich mach mal, 14 Millionen, würde das gehen, oder ich bleib da nochmal an Wendell dran, aber, ich weiß nicht, so, machen wir mal weiter, so, die anderen sind gar nicht mehr wichtig, weil die dritte Elf muss aufgebaut werden, Ulreich, wo ist denn Ulreich, wo ist denn Ulreich, hä, Borussia für zwei Saisons verliehen, ja, dann geht, komm mal wieder zurück, komm mal wieder zurück, hier Sven, dann brauchen wir Benko auch noch mehr, mal, Felix Götze haben wir jetzt nochmal, aber den werde ich, so, diese zwei werden weiterhin verlieren, und so, die dritte Elf kann ich jetzt weitermachen, Gaudino, Benko, da ist Ulreich, für wen denn raus, für den, ähm, so, bruh, da steht da, die sind ja nicht mehr in der WM, obwohl, die mitgenommen wurden, also auch, der wurde mitgenommen, so, Training, für die Mannschaft, kann ich noch nicht machen, ich kann das erst nach der WM machen, ich kann das erst nach der WM machen, weil guck, vielleicht, jetzt dauert das ja noch lange, deswegen, so, so, da muss ich mir nochmal ein Business-Angebot rein, da muss ich mir nochmal ein Business-Angebot rein, also machen, so, ja Leute, das war's für dieses Video, und, Ciao!